hey boys and girls heute ist der tag der deutsche einheit und alles hat zu und wie ihr euch sicherlich erinnern werdet war an dem tag ein scheißwetter also haben wir zwei uns spontan dazu entschieden einfach mal nach bernau zu fahren in funjump ja wir zwei sind da heute zum ersten mal wir wissen selbst nicht was uns erwartet und ich würde sagen sie helfen selbst so wir sind jetzt Ja! Ein Funjump? What the hell is going on? Can someone tell me please? Why I'm switching faster than I'm turning to TV? I'm black than white, know something is right My enemy's invisible, I don't know how to wait The trouble will be, more than I can take When I'm at my knees, think I'm in the mirror Let's go! Yeah! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.